Unser Team von Strobelbau Holzbau ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Oasis-Wohnwelt, eine neue Schlosserei, Spenglerei, den Aufbau einer Elektrotechnik sowie einer Haustechnikabteilung und nun auch eine Erweiterung unserer Holzbauhalle. Für dieses Wachstum brauchen wir nicht nur Top-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch die entsprechende Technik. Wir präsentieren stolz unsere neue Holzbauproduktion mit der MIL-E 4000 von der Firma TechnoWood. Der TW MIL-E ist ein Elementbauroboter, der es unseren Holzbauprofis ermöglicht, fast alle der Arbeitsschritte, die bisher händisch passiert sind, automatisch auszuführen. Er verfügt über zwei Aggregate, die abwechselnd eingesetzt werden. Zwischen Werkzeugen zu wechseln, wie vom Nadeln zum Sägen, geht so in Sekundenschnelle. Der modulare Aufbau der Bahn beinhaltet zusätzliche Hilfsmittel, wie Wänder, Aufsteller, Spanner, Plattensauger und Transportrollen, damit die komplette Elementproduktion auf der Bahn passieren kann. Das Elementbaumodul und die Fünf-Achsspindel im Inneren des Roboters arbeiten mit hoher Geschwindigkeit auf den Millimeter genau. Die Werkzeugball ist dabei völlig flexibel. Das E-Modul kann variabel verschiedene Nagel-, Klammer-, Schraub- und Leimgeräte aufnehmen und bietet somit alle Funktionen, die wir zum Beispiel für eine komplette Holzfassade benötigen. Zusätzlich ist ein Fünf-Achsspindel-Aggregat verbaut, mit der sämtliche Formen und Geometrien gefräst, gebohrt, gesägt oder geschlitzt werden können. Diese millimetergenaue Produktion ermöglicht unter anderem flexible Wanddecken und Dachaufbauten. Architekten genießen in der Zusammenarbeit mit uns neben all diesen Vorteilen die einzigartige Kombination von höchster Qualität bei kurzen Lieferzeiten. So können die fertigen Elemente just in time produziert und an die Baustelle geliefert werden. Mit dem TechnoWood Mill-E sind wir bei Strobe bereit für weiteres Wachstum und den Herausforderungen der Zukunft.